Auf diesen Moment haben Sturm der Liebe Fans die ganze Staffel gewartet. Ein Vorschaubild der ARD zeigt jetzt endlich den lang ersehnten Heiratsantrag. Wie auf dem Foto zu sehen ist, geht Florian vor Maya auf die Knie. Nach langem Hin und Her können die beiden endlich ihr Glück genießen und wollen das mit einer Hochzeit besiegeln. Schon zu Beginn der Staffel war klar, dass Florian und Maya zusammengehören. Doch dass sein Bruder Erik der Gegenspieler von Mayas Vater war, trieb einen Keil zwischen die beiden. Dann kam Maya mit Hannes zusammen, der auch das Forschungsprojekt rund um Florians Krankheit finanzierte. Währenddessen fing dieser an, Mayas Schwester Konstanze zu daten. Scheinbar findet das Traumpaar nach all diesen Irrungen und Wirrungen doch endlich zusammen und wird glücklich. Den Antrag gibt es dann Anfang November bei Sturm der Liebe in der ARD zu sehen.